Lufthansa Crew Wenn Sie etwas in die Fächer über den Sitzen verstauen, acht sichtigt sich anzuschnallen, sobald Sie Ihren Sitzplatz eingenommen haben. Dies dient Ihrer eigenen Sicherheit. Dieses Flugzeug hat acht Notausgänge. Leuchtstreifen im Boden markieren den Weg zu den Notausgängen. Sie sind mit dem Wort Exit gekennzeichnet zu starten. Drücken Sie sie dann auf Mund und Nase und streifen Sie das elastische Band über Ihren Kopf. Klaas unter dem Sitz Auf Anweisung der Crew ziehen Sie Ihre Weste über den Kopf. Befestigen Sie die Gurte vorn. Ziehen Sie dann die Gurte fest. Benutzen Sie die roten Mundschläuche. Die Signallampe leuchtet in Wasser auf, wenn Sie diese Lasche herausziehen. Dieser Flug ist ein... ... 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